Können wir's langsamer angehen lassen? Da ist niemand mehr hinter uns. Sieh nicht nach hinten, sieh nach oben. Okay, Baby, jetzt wird's langsam voller hier. Halt den Wagen an. Was? Was? Halt an! Mach's schon los, Rückwärtsgang! Laura, das da bin ich. Hey! Parallelkontakt, Babe? Na ja, du hast doch immer gesagt, du wärst mir gern früher begegnet. Wunsch erfüllt. Ja. Erinnerst du dich daran? Ich meine, wenn das hier mir passiert, dann ist es dir schon passiert, oder? Außer es funktioniert wie ein Multiversum, in dem jede Welle eine neue Zeitaktie schafft. Was will das? Es ist kein Multiversum. Mein Gott, wir haben zu viele Filme gesehen. 2050, ist es schlimm da? Ja, ist es. Findet ihn. Gleich müssen wir rennen. Was geht ab, Walter? Du weißt, was zu tun ist. Er muss verhindern, dass Zeitreisen erfunden werden. Boom. Wie ist der Plan? Ich verrate meinen Plan keinem zwölfjährigen Nerd mit Inhalator, weil ich nicht gar keinen Plan habe. Aber ich kenne jemanden, der einen haben könnte. Dad. Ich bin der Pate der Zeitreisen. Das Adam-Projekt. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommt keiner von uns zurück. Bleifuß, Alter. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe 30 Jahre lang versucht, vor dem Ich wegzulaufen, das du bist. Und ich sage dir was. Du warst das Beste an allem. Wie wird man eigentlich so schlau? Wie wird man eigentlich so dumm? Netter Versuch. Wie wird man eigentlich so schlau?